Danke, Beards, thank you. Thank you, thank you. So schön. So, jetzt noch mal raus aus dem Dungeon. Jetzt noch mal schön raus aus diesem Dungeon, Beards, let's go. So, nichts mehr raus hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Yeah. Was? Ich meine, warum fliegen die alle? Wieso? Ich muss da raus. Halt die Klappe, ich muss da durch. Einfach rollen. Der Trick ist, einfach rollen. Und wenn wir rollen, wenn wir rollen, falsche Richtung. Wenn wir, oh scheiße. Wenn wir rollen, rolli, 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 rolli. Ab und zu, Recovery. Rolli, 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 einfach rolli. Wenn wir rolli machen, dann ist alles guti. Hoffe ich mal, wir rolli, 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 oh my goodness gracious. Wohin? Hier gibt's keinen Weg. Wo ist der Weg? Der Weg ist weg. Der Weg ist versperrt. Der Weg ist versperrt, gandalf. Wir wissen nicht, wohin rolli, 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 wir. We don't know, wohin rolli. Rolli, rolli. Ich hab keine Ahnung, wohin rolli. Was soll ich hier tun? Was ist denn jetzt der richtige rolli Weg? Ich werd sterben. Ah, ich hab den Weg. Hallo. Guten Tag. Ich muss mal hier durch. Rolli, ich seh schier. Klingeling, dingeling. Der Holy ist hier. Ich weiß aber nicht, wohin. Ich glaube, ich hab den richtigen Weg. Wobei ich mir nicht sicher bin. Scheiße, noch mehr Gegner. Rolli, rolli, rolli. Holy macht den rolli. Rolli, rolli, rolli. Shitty, shitty, shitty. We don't know where we are going. Den Holy shit shit. Oh, my goodness gracious. Da ist ne Door. Die ist zu. Und die krieg ich nicht auf. Jetzt geht sie auf. Schön langsam. Lasst ihr Zeit. Oh, my goodness gracious. Checkpoint. I got it. Together, together. Recovery. Recovery. So, let's go. Ja, keine Zeit muss ausregenerieren. So, let's go. Let's go. Get out of this shit dungeon. Get out of this shit dungeon. Oh, my goodness gracious. Rolli, rolli, rolli. Immer schön rolli. Rolli, holy. Holy macht rolli. Holy macht rolli, rolli. Dadi, dadi. Shubidu. Get out of here. Hallo. Guten Tag. Auf Wiedersehen. War schön hier. Tschüss. Goodbye. Good night. Wie auch immer. Good morning. Hallo, liebe Frau. Ich muss dir den Checkpoint holen. Danke. Und ich muss das ganz dringend los. People run. Nix. People roll. Gibt's people roll? Ich hol mir einen people rolli mode. Rolli, holy, rolli. Genau. Running, running, running. Running, running sushi. Running sushi, running sushi. Lecker running sushi. Running, running, running sushi. Running sushi. Ich hab Hunger. Ich hab Lust an Chinesisch. Na, 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 na. Oh mein goodness. Oh, ho, 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 ho. Hallo. Hallo. Auf Wiedersehen. Hey, daddy. Einfach rollen. Wisst ihr warum rollen? Weil es kann passieren, dass von oben jemand auf unserem Kopf jumpt. Und wenn wir rollen, kann uns nichts passieren. Rollen, 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 rollen. Der wartet schon, der campt. Das ist ein typischer Call of Duty Spieler. Call of Duty Fruterino. Wohin müssen wir rollen? Wir rollen hier lang. Denn wir wollen zum Checkpoint. Wir wollen zum Checkpoint. Checkpoint der Rino. Ja, da, da. Hallo. Auf Wiedersehen. Ei, 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 ei. Hört auf mich anzuspringen. So knackig bin ich auch wieder nicht. Da ist die Tür. Hilfe! Ganesha, 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 irgendwer, Ginea, was weiß ich. Danke. Yes. Together. Together we are strong. Ja, ja, ich find glimpses und dann glimps ich herum. Genau. Ich hab ein Monster mitgenommen. Ich hoffe, das stört mich. So, hallo, wer da her? Ich hab was. Ja, ich hab hier. Ich hab hier, ich hab hier ein Crystal. Take it. Ja, ja, was quatscht du? Ich hab so viel zu quatschen. Da, nimm. Ja, genau, ich hab was. Genau, take it. Danke. Infusion befleckte Siegel. Thank you. Thank you. Der alte Gefangener, die war... Okay, verstehe. Alles klar. Kenn mich voll aus. Danke. Gift. Ja, ja, Gift, Gift. Gift ist nicht gut. Gift ist fröschig und Frösche machen Gift. Da sollten wir nicht hingehen. Was ist hier los? Ich muss hier runter. Wait. Kann ich hier noch was verbessern? Nein. Kann ich nicht, weil ich renne den falschen Weg. What am I doing? Hier zum Table. Beim Table können wir nichts tun. Kartoffel. Kartoffel, Banane, Trauben und Essiggurken. Was denn? Ja, wohin laufen wir jetzt, Beards? Ich weiß es. Ja, denke ich. Ich denke, Holy weiß es. Let's go. Holy denkt, dass er denkt. Er denkt, dass er richtig denkt. Weil er denkt, dass er richtig ist. Weil er denkt halt, dass er richtig ist. Weil er denkt es halt zumindest. Das denkt er. Ob er... Ähm. Holy denkt, dass das der falsche Weg ist. Aktuell. So. Nein. Böse. Ja, genau. Böse. Ja, genau. Siehst du? Böse. Ja, 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 ja. Äh, lalalalalalala. Waaah! Wo gehen wir, Beards? Hier lang? Da lang? Hier lang? Let's go. I got them right away. Off zum nächsten Boss. Wir rushen zum nächsten Bosserino. Oh, oh. Jetzt wird's heftig. Oh, my goodness. Hallo. Rolli, holey, rolli. Rolli, holey, rolli. Rolli, 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 rolli. Rolllroffel. Oh, my goodness. Hallo? Hallo? Nein, nein, lass mich hier rufen. Ah! Ah, got them. Da geht's ganz schön weit runter. Schön, Gitarre. Äh. Du sollst Gitarre spielen. Okay. Dungeon number two. Number two. Number two two. Oh, my goodness. Du Sack. Hallo. Auf Wiedersehen. Hallo. Goodbye, sir. I need to go through. I need to go through. Through this. Through this, through this. Frutti tutti frutti. I got this. Sehr schön. Nächster Dungeon Beards. Auf geht's speedrun. Adi. Ah, das sind die Gegner. Oh, Lister. Boah, die sind ja richtig gierig auf mich. Lass mich in Ruhe. Ja, ja, ja. Ist gut. Was für notreile Säcke hier sind. Ich bin zwar Single, aber das heißt nicht, dass ich hier alles mit mir machen lass. Ja, 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 ja. Ist gut, beruhig dich. Ja, du auch. Halt die Klappe. Ich glaube, da oben ist ein Save Point. Ist hier ein Save Point? Ja, hier ist ein Save Point. Let's go. Ich habe die Save Point, Beards. So, wir haben die Save Point. Ich kann die gut verstehen, wenn bei mir so ein knackiger Holy vorbeilaufen würde. Pinky Slide, du Schlingel, du... Du kannst nicht vorbei. Boah, mit der Keule auf die Birne. Ich glaube, hier geht es weiter, oder? Nicht? Nicht? Wo geht es hier weiter? Hallo, kennt ihr den Weg? Ich habe mich verirrt. Ich habe mich verirrt, Jungs. Tut mir leid, dass ich gerade störe, aber ich habe keinen, wo der richtige Weg ist. Oh! Der ging voll auf mein Gesicht. Wo muss ich hin? Ich glaube, ich weiß es. An dem Flammentyp mir vorbei. Dann hier rauf. Dann hier runter. Und hier über die Brücke. Geradeaus. Jetzt sagt mir nichts, dass man da nicht weitergehen kann. Doch, kann man. Sehr schön. Ich habe es. Jetzt dauert es 10.000 Stunden, bis die Tür aufgeht wahrscheinlich. Ding dong, ding dong. Bitte geh ich schneller auf. Danke. Wir sind da, Beards. Heiligtum, der Flammer. Flamme. Dem hat meine Anwesenheit nicht gefallen. Die Tür ist wieder zu. Warum? Kann ich irgendwo speichern? Hallo? Nicht? Ich dachte, ich könnte hier irgendwo... Ich kann hier... Da! Ja, ich habe gespeichert. So, let's go. Auf zum nächsten Boss. Keine Zeit zu verlieren hier. Jetzt ist es ein Speedrun. So, jetzt mal saufen, denn er ist düst. Hau dir das rein in die Vase. Let's go. Das kann man leider nicht skippen. Jetzt kommt der Flammer. Der Fireboss. Der Fireboss. Boah, wie ging der nochmal? Ich weiß nur, dass wir den schnell besiegt haben. Glaube ich mit dem zweiten Try. Mal schauen, wie er no Hitchman... Oh, oh, oh. Ah, stimmt. Der kann uns ja verbrennen. Oh Gott. Das ist nicht so toll. No! Nein! Das ist wieder an dem Scheiter jetzt. Also an dem einen Hitter. In der ersten Phase macht er das zum Beispiel nicht. Also hoffe ich. Genau. In der ersten Phase macht er das nicht. Gut. Gut. Ich bin mir. Ich bin mir. Okay. Ich bin mir. Ich bin mir. Ich bin mir. Schade, ihr habt meine Special Attack. Gehtingsled weg, gehtingsled. Komm, steh auf, steh auf, steh auf, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Go, go. Gehtingsled weg. Ich trau mich jetzt gar nicht mehr angreifen, ganz ehrlich irgendwie. Okay, jetzt habe ich ihn. Aufstehen, hitten und let's go. Ich glaube, er hat noch eine Phase, ne, glaube ich, oder? Ja, er hat noch eine Phase. Stimmt. Oder? Ne, hat er nicht. Stimmt, okay, alles klar. Nice one, gg. Der nächste Boss, Ripperino. Auf geht's. Jetzt geht's ab hier, Beards. Zwei Bosse, glaube ich, noch. Okay. Ich weiß nicht mehr. Die erste Modellung ist ein blöderer. Ich weiß nicht mehr.